Zaunbau, das heißt Erdlöcher bohren, flexen und hämmern. Und die Welpen sind immer dabei. Heute wird hier ordentlich krach gemacht, aber das stört die Babys auch nicht. Das ist toll hier, was? Ja, super! Ja! Auch das Zuschauen macht müde. Einige haben sich direkt neben die Baustelle gelegt und schlafen tief und fest. Mal schauen, ob sie sich von dem Flexen aus der Ruhe bringen lassen. Ja! 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 Und Krach macht den Babys auch nichts aus. Direkt daneben wird geschlafen. Es wird noch nicht mal mit der Wimper gezuckt. Dabei sein ist alles. Die Welpen waren natürlich keiner Gefahr ausgesetzt. Wir hatten immer einen großen Sicherheitsabstand und die Funken flogen weg von den Welpen, auch wenn die Perspektive täuschte. Vielen Dank.